hallo youtube hallo freunde des let's plays euer swody zurück mit der dtm experience wir versuchen es einfach heute noch mal oschas leben achte stationen der zweiten saison ich bin gespannt ob das heute wieder so eine folge wird wo ich am liebsten alles gegen die wand werfen würde oder ob es etwas besser funktioniert schon mal ganz kurz hier ins klassement wir haben um dann 46 punkte vorsprung vor tom schick also der meistertitel ist uns eigentlich nicht mehr zu nehmen sofern wir denn die letzten drei rennen irgendwo mal ins ziel kommen die strecke oschas leben hier 3696 meter lang runden rekorde liegen bei 1 19 945 im leaderboard und 1 22 732 gefahren von roberto meri 2012 im mercedes roberto meri ist auch gleich so ein stichwort der möchte wird gegebenenfalls in die reno world series abwandern so dass mercedes im prinzip doch wieder mit sechs autos auskäme nur nichts genaues weiß man nicht also wir wissen nach wie vor nicht wie viele autos mercedes einsetzen wird diese saison und welche fahrer diese dann steuern werden gary peffett und paul die resta sind soweit ich weiß gesetzt nur bei den übrigen cockpits noch ein großes fragezeichen wir haben ja einige anwärter auch ehemalige formel 1 fahrer man spricht ja zum beispiel von vitali petrov oder heim al-gaswari wir haben hier also noch einiges an bewegung zu erwarten der saison vorbereitung ja heute bei mir übrigens als grobe anhaltspunkt der 26.02 stand der news ungefähr zwei uhr nachmittags organisatorisch noch vorneweg es tut mir leid dass die test drive ferrari racing legends folgen ein tag zu spät online gestellt wurden lag nicht an mir sondern liegt an dem datei format das ganze wird hier in diesem mp4 format abgespeichert die werden diese dateien werden in einem 4 gigabyte blöcken unterteilt die allein schon vom shadow play beim zusammensetzen und rendern gilt dieses limit aber auch dateien die größer als vier gigabyte sind haben ein problem die sind dann einfach naja kaputt die kann man nicht abspielen hat leider ist noch ein bisschen recherche genau dieses herausgefunden bis zu dem zeitpunkt hatte ich allerdings schon zehn stunden aus hochladen von test drive ferrari racing legends aufgewendet weswegen das jetzt einfach nicht mehr so schnell korrigierbar war ich musste also das ganze dann in zwei folgen aufteilen weswegen jetzt auch zwei folgen online sind und finde das ganze ein bisschen doof aber kann es leider nicht ändern also deswegen hat es halt einfach länger gedauert weil ich eben teilen und noch mal diese zehn stunden hochladen musste und jetzt ist es endlich online seit heute morgen dafür hat es dann auch gleich zwei daumen nach unten beide teile also anscheinend haben wir mittlerweile sogar einen zweiten hater was mich natürlich nicht sonderlich freut aber ist ja auch egal also das video ist online und leider eben einen tag zu spät weswegen ich jetzt auch hier dtm experience einen tag zu spät aufnehme und sich somit alles ein bisschen nach hinten verschiebt aber ich möchte auch gleich noch vorneweg sagen es kann sein dass ich diesen tagesrhythmus also von wegen jeden tag ein video jetzt in den nächsten anderthalb monaten oder auch gegebenenfalls länger nicht einhalten kann so dass es also manchmal zwei bis drei tage dauert bis wieder ein video online kommt nur damit ihr eben bescheid wisst und nicht euch fragt wo bleibt denn das angekündigte video also plan ist nach wie vor jeden tag ein video in der bisher bekannten reihenfolge aber es kann eben sein dass mal ein tag mehr wartezeit dazwischen liegt weil ich momentan zeitlich einfach nicht mehr hinterher komme nun zurück zur dtm experience ausschatz leben ich habe vorhin schon mal ein proberennen also was heißt proberennen gemacht ich bin eine runde im rennen gefahren um mir wieder eine schöne szene für meinen screenshot auszusuchen der denn das video ziert ich habe in dieser einen runde die ich gefahren bin drei durchfahrtsstrafen gesehen die den gegnern verhängt wurden weil sie abgekürzt haben in allein der ersten runde das kann also richtig spannend werden und diese boxen aus ausfahrt ist nach wie vor der letzte mist komme ich nie rum um die kurve ja also ich gehe hier momentan mit sehr gemischten gefühlen dran denn es gab keinerlei update weder für r3e noch für oschers leben hat ja in den letzten r3e cars und tracks angekündigt dass ein patch in ungefähr zweieinhalb wochen oder zwei wochen für r3e kommen wird dass man diese großen distanzpfeile endlich los wird und dass man ein paar andere sachen behebt aber bisher ist eben noch nichts also noch noch kein patch draußen ich hatte die hoffnung dass wir vielleicht in sachen k.i. irgendwann noch eine kleine verbesserung sehen dass es da endlich mal irgendeine anpassung gibt dass die k.i. sich weniger angriffslustig verhält oder weniger aggressiv fährt und nicht immer so die linie zu macht und dass diese automatische anpassung die ja so toll sein soll auch endlich mal funktioniert aber bisher eben nichts davon eingesetzt umgesetzt müssen wir warten ja das ist eben ach komm kannst du mich doch mal kreuzweise das ist eben so ein punkt weswegen ich momentan nicht ganz so zuversichtlich bin was das rennen angeht auch wenn ich die strecke sehr gerne mag ihr habt ihr auch in der allerersten folge bei mir gesehen aber das thema k.i. ist also ein thema oder auch das thema streckenbegrenzung wie gesagt in dieser einen runde die ich gefahren bin für den steamshot gab es schon drei durchfahrtsstrafen und das ist alles andere als gut naja müssen wir abwarten ich kann es leider nicht ändern zudem hatte ich gerade schon wieder technische probleme die aufnahme musste ich nach fünf minuten beenden weil das spiel irgendwie abgeschmiert war ähm naja leutz nehmt doch mal eure fahrzeugnase aus meinem getriebe hier ihr affen das regt mich ja jetzt schon wieder auf ich kann auch nicht mal im training eine proberunde oder hier eine runde drehen weil die jungs mich die ganze zeit abschießen so arschloch das ist zwar meine runde auch im arsch aber ein bisschen frustabbau sollte mal genehm sein bevor er sich wieder richtig anstaut und es dann nur noch mugs gibt also jetzt fahren wir wieder ernsthaft weiter versuchen gleich mal eine ordentliche zeit hinzulegen schon gut zu sehen dass hier auch die ki an zwei drei stellen relativ langsam macht dafür an einigen etwas langsameren kurven schneller macht äh also das sind so die ups punkte auf die ich denn aufpassen muss ähm ich wurde übrigens auch darauf hingewiesen dass ich das drs im training die ganze zeit einsetzen kann das ist mir wohl bewusst das hatte ich auch schon mal erwähnt dass ich es im training nicht einsetzen möchte weil ich der meinung bin dass ich durch drs langsamer werde ähm und es mir auch im vergleich zum qualifying dann eben nichts bringt denn im qualifying fahren wir ohne drs und was ich auch komisch finde ist dass die ki im qualifying schneller ist obwohl sie ja im na super im training das drs einsetzt an so ziemlich jeder möglichen stelle eine sache die ich nicht ganz verstehe wieso die an dem qualifying train eben zügig unterwegs sind aber ist ja auch egal ich fahre im training auf jeden fall ohne drs ähm einfach weil es auch im rennen nicht nicht eingesetzt wird sondern eben nur einmal pro runde wenn ich denn man für eine runde zwei sekunden hinter dem vordermann war erst mal wieder an die strecke gewöhnen deswegen haben wir auch diese trainingssitzung vorneweg ausschersleben eigentlich auch die erste strecke bei der die ki schon erfahrung mit mir haben müsste aus der letzten saison denn zu der zeit hatte ich ja diese ähm partei in der die ki ihre erfahrung ablegt äh gelöscht vor dem ausschersleben äh ausschersleben rennen so und daher müssen wir hier eigentlich ein bisschen informationen haben im gegensatz zu den anderen strecken aber das werden wir dann gleich sehen wenn wir mal eine ordentliche runde gefahren haben wie das ganze aussieht so viel zum thema ordentliche runde wenn wir schon so langsam durch die kurve kommen kann das nichts mehr werden abkürzung ja verdammt hab ich gemerkt auch das leben wirklich keine leichte strecke das wird also auch nach einem rennen eine ziemliche herausforderung aber ich bin trotzdem eine sehr schöne strecke auch wenn ich lange gebraucht habe um mich mit der strecke anzufeuern aber mittlerweile eine meiner lieblings strecken spielübergreifend und wieder zu eng genommen so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir haben jetzt eben gerade ein bisschen Probleme damit, dass Sprengler vor uns ist. Das uns eben ein bisschen zu einer anderen Fahrweise zwingt. Was ich jetzt nicht unbedingt gut finde. Oh, zu spät in die Kurve reingebremst. Oh, 1,27,2. Oh, meine Güte. Aber auf der Strecke sind wir immer wieder schneller als die KI. Das ist auch so ein Punkt, den ich absolut nicht nachvollziehen kann. Im Training und im Qualifying sind wir rein optisch schneller als die KI. Nur wenn wir nach dem Zeitentableau gehen, dann kann man es völlig knicken. Und ich wüsste gerne warum. Denn irgendwann müssen sie ja ihre schnelle Runde fahren. Ja, das ist wieder so eine Stelle, wo ich mich im Rennen wahrscheinlich das eine oder andere Mal wegdrehen werde. Hier gilt es noch den richtigen Weg durch die Schikane zu finden, besonders durch diese Rechtskurve. Da muss man richtig erwischen, dass man draußen auf den Körb kommt und alles ist gut. Man sollte tun, dass diese großen Betonbürste innerhalb des Körbs lassen, denn da wird das Auto komplett ausgehebelt. Und wenn das Auto in der Luft ist, hat es natürlich beliebig wenig Grip. Und damit will es dann auch nicht mehr um irgendwelche Kurven. Und damit will es dann auch nicht mehr um irgendwelche Kurven. Eine sehr flüssige Kurve, wenn man sie dann richtig erwischt. Also, was heißt, flüssige Kurve sind ja eigentlich drei Kurven, die man da fährt. Aber man muss dann eben wirklich den richtigen Eingang treffen und auch die Linie ordentlich durchziehen. Und damit kann man ja auch nicht mehr, dass die Linie ordentlich nicht mehr auf dem Körbchen. Aber wenn man da mit dem Körbchenkopf ist, kann man ja auch nicht mehr ansehen. Und dann kann man ja auch nicht mehr verraten. Und dann taue ein wenig Grip. Und dann kann man ja auch nicht mehr ansehen. Oh, oh. Ja, diese beiden, das eine ist ja nur 270 Grad, das hier ist nur 180 Grad Kurve, die sind schon gefährlich beim Hausbeschleunigen. Da muss man wirklich höllisch aufpassen, dass man nicht zu früh zu viel Gas gibt und dann eben das Auto sich einmal in die eigene Achse dreht. Das ist ja auch so. Das ist ja schon mehr, bis ich hier wieder eine saubere Linie finde oder überhaupt mal eine saubere Linie finde. Das ist nicht ganz einfach. Das war doch schon wieder klar, eine ungültige Runde. Oh, Mensch. Ist das ätzend. Das suche ich. Wo stehen wir denn hier gerade? 125 077. Merken wir uns mal für das Qualifying. Ich schaue mal ganz kurz rein hier und mache mal den da. Das passt. Sollte passen. Äh, nein, ich brauche ja nicht fahren. Ich will, bitteschön. Ähm, ja, weiter. Also jetzt gilt es. Qualifying. 125 0 war die gegebene Zeit. Wenn die Kaert schon wieder schneller ist, dann weiß ich nicht mehr weiter. Wie soll man um diese Kurve denn rumkommen, ohne Dreck zu fahren? Wie soll man um diese Kurve denn da sein? Na, ein kleines bisschen zu weit raus. Ich hätte auch noch mal runterschalten müssen. Also diese Kurvenkombination ist eine... Da kann man sehr wahrscheinlich ganz viel Zeit verlieren. Genauso hier. Ja, dann fahr doch mit deiner Postkutsche hier, Timo. Mensch. Ja. Wir müssen Abstand halten, damit wir eine saubere Runde hinkriegen können. Das habe ich verstanden. Was mich halt immer nur so ein bisschen wundert. Die sind deutlich schneller als ich, aber auf der Strecke blockieren sie einen dann. Ich will also nicht schnell genug vorwärts kommen. Ja. 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 unsauber gekürzt geräubert kostet viel zeit ich hoffe der abstand nach vorne ist es groß genug um eine saubere hunde zu bringen klar dafür muss ich erstmal auf der strecke bleiben mich hier vorne nicht verbrennen sind aber ja somit war es also auch in dieser runde schon wieder nichts kleines bisschen zu spät gebremst und dadurch weggeworfen das war definitiv mein fehler da konnte keiner was für doch ich natürlich aber also heißt es wieder abstand halten ja, schieb an Joey ja 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 jetzt aber jetzt haben wir genug platz nach vorne jetzt haben wir auch kein direkt hinter uns das wird jetzt jetzt kriegen wir eine 1,24,9 aber wenn ich hier sehe 1,25,2 beim 18 dann muss doch der erstplatzierte schon wieder deutlich schneller sein als seine 1,25,0 die wir vorhin hatten und ich verstehe es halt nicht die fahren im training mit offenem DRS wahrscheinlich auch mit leichtem auto sind aber im qualifying trotzdem deutlich schneller unterwegs ich habe keine ahnung warum ich habe auch keine ahnung warum die KI immer noch schneller wird wo sie doch sieht dass ich wirklich langsam dem Fels hinterher hechle weil das habe ich jetzt schon ein paar mal erwähnt dass ich einfach diesen adaptiven Gedanken der KI nicht verstehe von wegen anhand der Durchschnittsrundenzeiten des Spielers anhand der Durchschnittsrundenzeiten sind in der Regel deutlich langsamer als das was die KI macht und trotzdem wird die KI noch schneller und das ist halt ein Punkt bei dem ich nicht mehr ganz durchsteige aber es ist mir jetzt mittlerweile auch wurscht nein noch kommen bis dahin war die Runde auch in Ordnung springt er hinter mir aus Untertitelung des ZDF, 2020 Na, zu weit raus. Ach, ist das ein Mist. Das kann jetzt Stunden dauern, bis ich mal eine ordentliche Runde zusammengebracht habe. Ich weiß nicht, warum ich so Probleme damit habe, das Auto immer auf der Straße zu halten. Also es ist nicht nur hier so, sondern es ist auch ganz normal im R3e so, bei Assetto Corsa. Ich habe immer Probleme, eine gültige Runde zusammenzubringen. Der 21. mittlerweile schon mit einer 1.25.3. Ja. 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 Das wird jetzt wohl endlich mal eine saubere Runde, aber die wird alles andere als gut und jetzt werfe ich sie gleich doch noch mal in der vorletzten Runde weg. Oder in der Kurve, da mag ich es auch immer besonders, wenn das Heck rumkommt und ich da plötzlich in der Wand stehe. Ja, 1,26,9. Aber mit dem 22. Startplatz haben wir uns ja mittlerweile angefreundet. Ich weiß nicht, auf welcher Basis die KI hier ihre Daten zieht, denn wie gesagt, wir hatten letzte Saison hier ein Rennen in Oschersleben. Und das war das erste Rennen nach dem Löschen dieser KI-Datei und ja, scheint sie nicht zu interessieren. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch letzte Saison nicht besser waren. Also nicht so im 1,24er-Bereich, woran sich ja die KI momentan orientiert, sondern alles ja wurscht. Das finde ich an Spielen wie F1 2013 oder Asset de Corsa besser. Man kann halt die Gegner so einstellen, wie man will. Das ging auch früher bei Race 07, aber man muss ja alles innovativ und super und toll machen. Und es klappt halt überhaupt nicht. Es klappt vorne bis hinten nicht dieses komische KI-System. Warum man dann nicht sagt, wir bauen wieder unterschiedliche Schwierigkeitsgrade ein. Und als Auswahl dann die adaptive KI. Keine Ahnung. So ist es aber momentan eigentlich nur Frust pur. Klar, die KI kann nichts dafür, wenn ich nicht Auto fahren kann. Aber ich könnte halt, wenn ich die Möglichkeit hätte, sie selber einzustellen, sie selber einstellen. Und könnte sagen, ich bin nicht so gut. Und deswegen stellen wir sie jetzt wie zum Beispiel in Asset de Corsa von 94 auf 89% runter. In Race 07 bin ich immer mit 95% gefahren. Das hat eigentlich ganz gut gepasst. In F1 2013 unterscheiden wir von Strecke zu Strecke mal zwischen Experte und Pro. Aber hier geht das halt nicht. Hier ist man darauf angewiesen, dass das Spiel irgendwie das Richtige rausfindet. Und das tut es einfach nicht. Und das ist, finde ich, sehr frustriert. Besonders nach so einem starken Saisonstart. Wir hatten ja immerhin vier Siege. Naja, wir sind jetzt im achten Rennen. Das heißt, vier Siege, drei Komplettausfälle. Das ist einfach peinlich. Das nur, weil wir eben die KI nicht an unsere Wünsche anpassen können. In einem Rennen ist sie halt viel zu leicht gewesen. Siehe Spielwerk, wo wir mit 17 Sekunden Vorsprung gewonnen haben. Und dann in der Lausitz in Moskau ist sie halt viel zu stark. Für mein Empfinden, weil ich halt mit den Strecken nicht so richtig klarkomme. Und dafür haben wir dann eben zwei Nullnummern geschoben. Und Nürburgring, das war eine ganz andere Nummer. Das war halt einfach dieses Strafsystem. Diese Streckenbegrenzung, das uns die ganze Zeit irgendwelche Knüppel zwischen die Füße geworfen hat. Was einfach nur Schmarrn war. Gut, die KI war natürlich auch aggressiv unterwegs. Also ich erinnere nur mal an dieses Ich ziehe mal eben rüber, obwohl neben mir ein schnellerer ist. Und ich meine, meine Spur schon lange verlassen habe. Aber das machen sie halt gerne. Es ist momentan absolut der Wurm drin. Und es ist absolut nicht das, was ich gerne haben möchte, wenn ich gegen KI fahre. Wurde übrigens auch gefragt, wie man den Multiplayer freischalten kann in R3e. Hier sei nochmal der Hinweis angebracht, dass der Multiplayer derzeit noch irgendwo erprobt wird. In irgendeiner kleinen Gruppe von Alpha-Testern oder Beta-Testern. Die wahrscheinlich auch irgendwelche besonderen Versionen dafür bekommen. Der Multiplayer ist derzeit noch nicht öffentlich zugänglich. Ob und wann er irgendwann mal eingebaut wird, steht in den Sternen. Der Orthonormalbürger muss sich auf jeden Fall noch gedulden. Wir haben keine Chance daran zu kommen. Genauso wenig an KI-Rennen im R3e. Ob da irgendwas in der Entwicklung ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Warum man zwar hier KI in DTM Experience hat, aber dort nicht einbauen kann, ist mir nach wie vor ein Rätsel. Vielleicht, weil es hier nicht funktioniert und man es dort nicht auch in dem schlechten Zustand einbauen möchte. Könnte sein, aber ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Fakt ist, Multiplayer und Singleplayer in R3e einfach de facto nicht möglich. Außer eben Hotwapping. Ich bin stolz. Ich habe jetzt drei oder vier Runden am Stück mal gültige Runden hingebracht. Das ist doch schon eine echte Seltenheit. Aber als beste Runde eine 1,26,1. Ihr seht, der 21. Der 21. ist schon 8 Zehntel vor uns. Ich habe keine Ahnung, wie das gleich im Rennen aussehen soll. Absolut keine Idee. Schauen wir mal ins Timing. Vorhin war es eine 1,25,0, die der erste auf der Uhr hatte und jetzt haben wir eine 1,24,5. Also ohne Einsatz von DRS ist man hier nochmal eine halbe Sekunde schneller geworden und das verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Aber das ist auch mittlerweile sowas von wurscht. Gut, wir sind einfach am Ende des Feldes und müssen uns damit abfinden. Gut, das war es dann auch vom Qualifying. Ich würde sagen, ich hüpfe dann gleich einfach mal weiter ins Rennen und hoffe einfach in... Ein Rennen sehen. Überhaupt mal ein Rennen sehen. Das wäre schon viel wert. Ich habe darauf leider beliebig wenig Einfluss. Also wir müssen einfach hoffen. Wir werden es sehen, wie es läuft. Und ja, ich würde euch dann einfach mal aufs Rennen vertrösten. In der Hoffnung, dass wir von Startplatz 22 aus irgendetwas ausrichten können. Das wird sich eben zeigen. Jo, bis dahin dann. Macht es gut. Euer Swaddy. Ich bin ganz nett. Ich bin ganz nett. Ich bin ganz nett. Untertitelung des ZDF, 2020